So, ihr Supersportler und Supersportlerinnen da draußen, ich brauche eure Unterstützung. Hofmann, was machst du hier auf der Rennstrecke? Ja, was wohl, Bradl, trainieren. Wings for Life World Run, 3. Mai. Ja, stimmt, du hast recht, aber da können wir leider nicht dabei sein, da ist Mutti Pien, Cheres. Wie wäre es mit dem Team-Battle? Ich bin dabei, ich stelle Jungs zusammen, um dich wegzumachen. Nee, ihr braucht mich nicht wegmachen, meine Truppe wird dich wegputzen. Wir werden sehen, geh am Rettungsweg laufen jetzt und mach dich vom Acker von der Rennstrecke. Das diskutiere ich eigentlich nicht mehr, versuche einfach mal dran zu bleiben hier. Eat my dust! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020